Herzlich willkommen meine Damen und Herren und liebe Allmanns. Und genau darum soll es heute gehen. Woher kommt eigentlich der Begriff für uns Deutsche Allmanns und was hat ein germanischer Stamm damit zu tun? Ihr kennt den Begriff wahrscheinlich. Allmanns oder Kartoffel, beides ironische Begriffe für Deutsche ohne Migrationshintergrund, wenn man es so ausdrücken möchte. Im heutigen Beitrag soll es nicht darum gehen, ob das irgendwie beleidigend ist oder nicht. Ich persönlich habe da kein Problem damit. Ich finde das eigentlich relativ ironisch und finde, es gibt da sehr viel schlimmere Begriffe für uns Deutsche. Heute soll es aber darum gehen, woher kommt dieser Begriff eigentlich? Allmanns. Und dazu müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit zurückschauen. Und zwar ziemlich weit in die Vergangenheit bis in die römische Kaiserzeit und die Zeit der Germanen und der Völkerwanderung. Wir schauen also in die Spätantike. Damals haben sich verschiedene germanische Stämme, Stammesgemeinschaften zusammengetan und haben in der sogenannten Völkerwanderungszeit neue Stämme gegründet. Das ist allgemein ein interessantes Thema, wie überhaupt ein Volk ein Volk wird und ein Stamm ein Stamm. Ist aber ein Thema für ein anderes Mal. Ein Stamm oder ein Stammesverband, auf den wir heute schauen wollen, das sind die Allermannen. Das ist ein Stamm, der sich in meiner Heimat, in Südwestdeutschland, also barhäutiges Baden-Württemberg, bis ins Elsass rüber und in die Nordschweiz, der sich da zusammengetan hat. Und hier ist es auch interessant zu sehen, Allermannen. Das ist ein Begriff, der zum ersten Mal im dritten Jahrhundert von den Römern verwendet wurde. Und der bedeutet, ist man sich heute relativ einig, alle Menschen, Allermannen, alle Männer, alle Menschen. Und das deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass wir nicht hier einen seit Jahrhunderten zusammengehörigen Stamm haben, der ins heutige Baden-Württemberg eingewandert ist, sondern dass wir Leute und Bevölkerungsgruppen aus allen möglichen germanischen Teilstämmen haben, die irgendwann zusammengekommen sind und dann mehr oder weniger nach Jahrhunderten eine eigene Identität angenommen haben. Also eine sehr schöne Geschichte finde ich eigentlich, dass es nicht so dieses Blut und Boden ist und wir hören seit Jahrhunderten zusammen, sondern dass die Allermannen einfach ein wilder Haufen war, der irgendwann zusammengefunden hat und gemerkt hat, hey, schließen wir uns doch zusammen und das bringt vielleicht mehr, anstatt immer nur einzeln zu kämpfen. Kämpfen ist ja auch ein gutes Stichwort. Mehrere Forscher gehen davon aus, dass sich diese Allermannen erst im Zuge von kriegerischen Auseinandersetzungen geformt haben, um genauer zu sein, Überfälle auf benachbarte Länder nach Süditalien ganz relativ häufig, äh, nach Norditalien, also nach Süden runter, nach Norditalien. Aber auch, und hier wird es interessant, nach Westen, ins heutige Frankreich. Und der Stamm der Allermannen war also einer der germanischen Stämme oder Stammesverbände, den die Menschen im heutigen Frankreich, die eine romanische Sprache sprachen, ähm, relativ gut kannten, weil sie ab und zu mal rüberkamen und geplündert haben. Und daher kam es dann, dass Allermannen irgendwann zum stellvertretenden Begriff für alle germanischen Stämme oder alle östlichen Nachbarn herhalten musste. Und daraus wurde dann in der französischen Sprache, ihr kennt es wahrscheinlich, Allemagne und die Deutschen. Und von dort aus, von Frankreich aus, hat dann dieser Begriff, Allemagne, für die ganzen Deutschen, äh, eine interessante Reise unternommen, nämlich zuerst von Westen weiter nach Süden, nämlich ins Spanische, auf die iberische Halbinsel, die im frühen Mittelalter, wie manche von euch vielleicht wissen, zu großen Teilen von Muslimen beherrscht waren, die Arabisch sprachen. Und so kam das Allemagne von dem germanischen Stamm der Allemannen übers französische oder sehr frühe französische, übers spanische bis ins arabische. Und übers arabische dann praktisch in den ganzen Nahen Osten. Also man hat da natürlich auch dieses Allemagne im kurdischen, im türkischen. Und eine interessante Laufbahn eigentlich dieses Wortes, dass es von einem germanischen Stamm im heutigen Baden-Württemberg nach Westen eigentlich gewandert ist der Begriff, dann nach Süden, um dann wieder in den Nahen Osten zu kommen. Das ist also die Geschichte, warum Allemagne auch noch heute in der Türkei, in Kurdistan, in der arabischen Welt, das Wort für Deutschland und uns Deutsche ist. Stammt alles von einem germanischen Stamm, der in Baden-Württemberg angesiedelt ist und der sich, sag ich mal, aus allen möglichen Bevölkerungsgruppen zusammengeschlossen hat. Und das ist doch, finde ich, eine ganz nette Geschichte, gerade in der heutigen Zeit. Und ich bleib dabei. Ich finde, Allemagne ist kein besonders schlimmes Schimpfwort. Ich finde, es ist überhaupt kein Schimpfwort. Und wer sich darüber aufregt, der sollte vielleicht mal ein bisschen chillen und dran denken, die Allemagne waren relativ cool. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.